Hallo miteinander, hier ist wieder euer Wettermelder. Am Montag wechseln sich auf der Osthalb Sonne und dichte Wolken ab. Die Spitzenwerte reichen maximal 16 bis 19 Grad. 16 Grad werden es im Näheresheim, 17 in Popfingen, 18 in Ahlen und Ellwangen und maximal 19 Grad gibt es rund um Schwäbischmund. Am Dienstag und Mittwoch sind viele Wolken unterwegs, aber auch die Sonne wird sich immer wieder mal zeigen. Regenschauer sind so gut wie ausgeschlossen. Die Temperaturen pendeln sich bei knapp 120 Grad ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo.